Hallo und herzlich willkommen bei Jan und Maxi. Wir machen heute eine besondere Sache und zwar Schlagschleuderstock werfen. Genau, das machen wir jetzt. Ich erkläre euch kurz wie das geht, falls ihr es noch nicht wisst. Also die Hand hält man so und die so und dann drückt man diese Hand nach unten und drückt die nach vorne. Deswegen heißt es auch Schleuderstock. Okay, Maxi beginnt mit der ersten Runde. Los. Warte. Ab hier Meter 80 hat Maxi den Ball geworfen. Ja, ich bin geil. Es beginnt Jan. Ja, mit der zweiten Runde. Los. Wer schlägt mich? Das war also 13,50 Meter. Oh, Mann ey. Okay. Okay, Runde 2. Das ist wieder ein Passwort. Die schon immer. Ey, das war so hoch, wenn ich da alles aufgeführt. Das ist dunkel. Wenn du auch dagegen wirfst. Hier. 90. Also. Okay, 11,90 Meter. 11,90 Meter. Nur 11 Meter. 11,90 Meter. Wieso, wie viel sind das? Fast. Okay. Jan macht jetzt zweite Runde. Los. Ahaha, fail. Lass. Da oben. Ist er gelandet? Da. Achtzig. Zwölf Meter. Und wieso war es bei dir nur 11 Meter auf? Ach ja, 11 Meter achtzig. Mach doch mal von vorne. Warte, sind wir jetzt? Die letzte Runde. Okay. Und los. Nimm Anlauf. Okay. Oh, der wäre ja richtig schlecht. Der geht es ja gar nicht. Was? Immer. 11,44 Meter. Aha, Hilfe. Jan beginnt jetzt auch mit seiner letzten Runde. Ja, Mann. Über den Zillen. Nein. Rau. Über den Zillen hinaus. Das ist geworden. Das weiß ich jetzt schon. Warte, ich muss kurz aus. 14,37 Meter. Fick dich. Du hast eh schon gewonnen. Das brauchen wir nicht mehr nachzielen. Das ist eindeutig. Challenge. Ja. Hallo, ich hoffe... Ja, hallo habe ich schon gesagt. Ich hoffe, euch hat die neue Sportart gefallen. Und wenn ihr sie weitersehen wollt, oder wenn ihr andere Sportarten mit dem Stock sehen wollt, dann schreibt doch in die Kommentare oder liked dieses Video. Abonniert uns! Oh, mein Bind.